Was geht ab, meine lieben Freunde? C3MX Kriegs am Start und ich darf euch mal wieder alle ganz herzlich zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal begrüßen. Heute mit einem recht kurzen, aber doch hoffentlich informativen Video, denn ihr habt es wahrscheinlich schon alle gesehen. Wir haben die VIP-Funktion auf unserem Kanal jetzt auch freigeschaltet und in diesem Video soll es einfach kurz darum gehen, um was es sich dabei überhaupt handelt. Ihr habt das Ganze wahrscheinlich schon bei etlichen anderen YouTubern gesehen, deswegen halte ich mich auch kurz und nenne nur die wichtigsten Dinge, die ihr darüber wissen solltet. Aber bevor wir jetzt mit diesem Video anfangen, noch eine ganz kurze Information. Wir haben jetzt einen offiziellen Discord-Server, auf den ihr alle ganz herzlich eingeladen seid, das heißt ihr könnt einfach connecten. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung und ansonsten würde ich sagen, legen wir direkt mit dem Video los. Also wie gesagt, könnt ihr jetzt auf unserem YouTube-Kanal bzw. unserem YouTube-Gaming-Kanal VIP werden. Das bedeutet, ihr würdet uns mit 4,99 Euro im Monat finanziell unterstützen und kriegt im Gegensatz dazu eine Kleinigkeit zurück. Wenn ihr nämlich VIP geworden seid, bekommt ihr ein besonderes Logo links neben eurem Namen in jedem folgenden Livestream für einen Monat. Das bedeutet für uns als Streamer, dass wir auf eure Nachrichten viel schneller reagieren können, da wir direkt das VIP-Logo sehen. Das heißt, wenn ihr irgendwelche besonderen Fragen haben solltet, dann können wir schneller darauf reagieren, als wenn ihr irgendwo in der Masse des Chats untergeht. Außerdem wird es auch bald von uns benutzerdefinierte Emojis geben und als VIP kann man diese Emojis dann auch im Livestream benutzen. Normale Zuschauer können das in diesem Fall dann nicht. Darüber hinaus wird es auch hin und wieder mal einen Livestream geben, wo wir als Streamer den VIP-Chat aktivieren. Das bedeutet, dass in dem Moment, wo wir den VIP-Chat aktivieren, nur VIPs in den Chat schreiben können. Dadurch ist es nochmal leichter für euch, irgendwelche besonderen Nachrichten an uns zu schreiben. Und zu guter Letzt erhaltet ihr auch noch einen VIP-Rang auf unserem Discord-Server. Das bedeutet, ihr habt Zutritt zu bestimmten Servern, wo normale User nicht reinkommen. Und somit habt ihr auch noch eine zusätzliche Chance, mit uns reden zu können. Das sollten eigentlich alle relevanten Informationen bezüglich dem VIP-Modus gewesen sein. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Falls doch, schreibt es am besten einfach mal in die Kommentare. Am Ende möchte ich noch abschließend sagen, dass das Ganze natürlich alles auf freiwilliger Basis basiert. Das heißt, wir zwingen niemanden hier irgendwie VIP zu werden oder sonst was. Und damit möchte ich auch nochmal sagen, dass wir auch die VIPs nicht irgendwie bevorzugt behandeln gegenüber den normalen Zuschauern. Wir freuen uns natürlich über jeden Zuschauer, der im Livestream dabei ist. Nur wie gesagt, kleine Vorzüge haben die VIPs dann, die ich am Anfang des Videos erwähnt habe. Und ansonsten soll es auch schon wieder mit dem Video gewesen sein, meine Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Wenn ihr neu auf unserem Kanal seid, könnt ihr uns ein Abo da lassen. Und Social Media Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.